ein herzliches willkommen hier auf unserer wunderschönen bowlingbahn wir spielen physics bowling physics bowling physics bowling wir können uns normal bewegen wir haben wir hier denn da ist alle nicht so knackscharf aber chuba chubs hoch komme ich zu dir dreht sich noch nicht mal mit interesse also wir können das ganze auch in windows spielen ohne das move das turn das grab was haben wir hier denn das wohl cool ist das jetzt hier die die hightech kugel also ist nicht immer nach regeln der physik da haben wir die toilette die rote locus brille ganze boden ist ja braun naja ich sag mal so da versucht man wieder irgendjemand witzig zu sein aber egal ist denn hier irgendwo ein ding an naja gut das war jetzt nichts mit physik so was haben wir hier probieren wir doch mal die bahn aus jetzt habe ich das geblinke da oben die ganze zeit und ja das sieht besser aus sound ist nicht gegeben wie ich höre oder höre nur höre nur ich es nicht also naja 1 warum auch immer 1 da steht jetzt 1 1 ach guck an wir kommen wieder sag mal hat das sind ein dreijähriger programmiert oder was die fliegen ja super die kugeln drei zwei zwei drei ne oh 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 okay ja was für eine leile physik ich bin begeistert das macht richtig spaß da ist elite bowling nix gegen aber so null ach die kegel die fliegen so ultra realistisch durch die gegend hoch hoch das ist der hammer ja ist das nicht schön oh oh ist das die pixel kugel was ist denn mit der kugel passiert mal gucken wie gut die fliegt die pixel kugel und zwei ah ah oh nicht zu hoch werfen dann kommen wir auf die andere bahn was haben wir hier ach ja das war ja die ja yeah und sofort ist sie wieder damals mit der anderen wo ist eigentlich die pixel kugel warum ist sie denn hier neppa die bahn ist auch ein bisschen kurz ne wenn ich das mal so sagen darf wo ist die pixel kugel ach da kommt sie wieder zurück kann ich die jetzt kicken ja ja das funktioniert wenigstens so ja natürlich genau da rein da komme ich gar nicht hin na gut da ist da ist die disco kugel die nehmen wir dann mal wieder weg das ist sie mit der disco kugel hier die war aber schwerer naja wo will sie hin was gibt es denn heute zu essen hier auch nix was haben wir hier oh das wollte ich nicht das wollte ich nicht entschuldigung was haben wir hier marienkäfer was können wir damit machen ist das ein bowlingkult den ich nicht kenne auf jeden Fall haben wir ein Stück Brot oder ist das ein Kotelett oder ist das ein Schwamm ich habe keine Ahnung oh das ist ein Kegel warum fliegt die denn Kegel unter der Decke ah herrlich kann man das spielen wahrscheinlich nicht naja wo ist mein Toast da ist mein Toast ach die Löcher hier sind auch ganz interessant gestoßen mal gucken wir mal was der Billardpöse nicht ins Loch hat er jetzt kurz vorm Loch angehalten ja und da ist er im Loch ist wieder aus dem Loch raus los soll er ins Loch gut Billard vergessen wir mal Speisekarte was ist denn mit dem ja Tomaten Käse warum ist das denn aber mit dem Tisch ist pleasure don't throw stuff at the step was und keiner vor deinem Morgen Keks ach keiner umkippen tolle Physik es gibt aber Pepsi oh oh die 2D Flaschen fallen um was für grafische Effekte dafür müssen andere viel Geld bezahlen hier kriegt man das andere umsonst die Pepsi kommt oh ja das Gatorade oder was ist es muss ich das jetzt das geht auch nicht das geht auch umsonst da sind die Bälle hin da sind die Bälle hin so R-Hockey geht R-Hockey mal gucken Physik los kommt Physik oh ups hey oh jetzt steck dich im Tisch fest warte ich geh mal kurz in den Tisch rein so hey oh dann muss ich die Seite wechseln na gut ich weiß auch nicht wie anstrengend das ist so ein Spiel zu programmieren aber das sagen wir mal war nix oder hepp 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 muss ich jetzt immer am Tisch laufen ach gibt ja eh kein Multiplayer Modus ne hepp 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 jetzt kann ich auch nicht mehr hepp 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 ach 0 0 steht ach da ist ein Computer warte einen Moment was haben wir da denn noch so how to use the camera the camera interesting get a better view of an area it floats so you can get the perfect shot behind the food was spring to the laptop and monitor located behind the food counter ich kann aber kein Selfie machen das ist natürlich schon wieder doof ne hallo huhu hm ich bestehe nur aus Händen was ist mit dem Laptop der Winamp MP3 Player nein der alte Windows Media Player schade ach da ist der Monitor ach ich bin begeistert das ist ne geile Idee das find ich nicht schlecht das find ich nicht schlecht das find ich ne gar nicht mal so schlechte Idee mit der Kamera aber dazu müsste vielleicht wieder gibt's sowas im Rec Room ich weiß es gerade nicht find ich nicht doof ok Brinstein Brastin 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 3H was hat er denn sonst noch für Spiele wahrscheinlich kein VR Frog hm Frog sah jetzt ganz interessant aus sooo noch mal ne Kugel schmeißen zack oh gar nicht mehr so schlecht ahhhhh ganzen Kegel umgeschmissen sooo hm ja ja die gute alte Physik oh die gute Durchkugel zack aber da ist es schon wie oh oh die war schwer sind das alles verschiedene Physikkugeln oder wie hey hey lieber La hm 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 das war ich nicht hm 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 ha wow hm neu gemischt 6 das ist gut was auch immer ich geleistet habe wollte es wieder rauskommen drüber geschmissen das muss auch einmal geschaffen also das also die herausforderung gebe ich jetzt mal von hier darüber schmeißen auf 9 9 6 8 die 7 müsste dann noch runter und die dann weg hatte ich die nicht eben schon das war eine schwere kugel das weiß man aber alles vorher nicht und da ist es 7 so haben wir jedoch noch mal eine kugel wollen jetzt komme ich aber auch nicht mehr lang habe ich mir selbst ins bein geschlossen 1 können wir hier irgendwelche kryptischen zahlen kurz hinschreiben sowie bei lust oder so ich sehe schon das nimmt alles überhand hier die tona ussr von zikata die kaka ja gut die tona ussr auch nicht schlecht hier setzt sich mit den keks unendlich erschaden ich dachte gerade unendlichen keks verraten ja was soll ich hier noch großartig machen es bringt alle nichts die taschen sind besetzt die neuen hängen in der luft die gute alte party lichter orgel aus den 80ern läuft auch ok herrlich naja gut freunde der nacht ich sag nichts mehr ich sag dazu echt nichts mehr hab ich kann ich die kegel da oben runter ist ja nur noch einer wo sind die ganzen kegel hin ja dazu muss man auch treffen meine güte naja ich probiere es noch was ist da passiert ach guck an was hat habe ich da irgendwo äh hallo ah scurrentest lane aha ok also wenn ich jetzt hier ich wollte mich doch schon verabschieden oh oh die physik ist besser oh die oh ja hier klappt es besser nicht schlecht hier ist es echt besser also fehlt noch die 1 achso ah 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 ja ich als alter bowlinghase oh ah so das war es jetzt auch ich bin jetzt außer ach guck an ich habe es doch getroffen also habe ich eine 10 ja das passt ja schon mal super hier hepp oh 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 1 dann habe ich jetzt auch eine 10 wenn er abräumt warte moment 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 4 oh 4 habe ich schon nicht schlecht hä ah 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 alter vater ey ah zum glück guckt mir zum glück guckt diesen kanal zum glück guckt diesen kanal keiner ey meine güte du 4 1 15 wo die 4 auch immer weg kommen hepp gibt es auch 3 ja ach ach Mensch hat der gezählt der hat noch nicht gezählt so jetzt aber hepp ah noch nicht mal alle noch nicht mal alle ah 23 ne das wohl so passt na gut dann sage ich mal so macht euch noch einen schönen Abend abonniert mich aktiviert die Glocke was weiß ich gebt mir ein Like ach und tralala und schmeißt ein paar Tische durch die Gegend Stühle und kriege ich mit dem Stuhl den Kegel da oben runter eh eh ne auch das nicht ach ja liken abonnieren tralala ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen wunderschönen Tag mit Daytona USSR und wie heißt das Pointblank 2 da kenne ich das Pendant nicht zu oh jetzt bin ich auch noch gegen die Waffe gelaufen also macht euch einen schönen Abend abonniert mich Like tralala machts gut bis die Tage und tschüss